Das Wort sage ich heute, glaube ich, noch öfter. Smooth. Okay. Der Wolf hier ist jetzt auch voll lieb, ne? Er sitzt da einfach nur rum und macht nix. Schade. So, was ist das jetzt? Pulver mit Pinseln und eine Brezel. Soll ich ihn jetzt mit einer Brezel? Okay. Wir pudern das mal ein. Ist ja schon komisch, dass hier jemand Fingerabdruckpulver hat. Okay. Finde die Skizze. Wir finden alles. Ich finde alles. Das Zertifikat ist zerrissen. Vielleicht hat Peters im Effekt zerrissen. Ich weiß es nicht. Ich sollte trotzdem eine Teile finden. Okay. Schlüssel. 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 Hallo. Ich sollte noch etwas Ausschau halten, das mir helfen könnte. Abgeschlossen. Irgendwie muss... Komisch. Leerer Rahmen. Ich dachte wirklich, es würde funktionieren. Du siehst ja voll spooky aus. Der fehlte Hut. Vielleicht hat Peter ihn noch nicht gemacht. Da war ich schon. Wie komme ich da nur ran? Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht mit einer Schere? Eventuell... Oh Gott. Vielleicht sollten wir uns... Was habe ich denn jetzt? Ein Bild... Ein näheren Rahmen. Äh. So, kann ich vielleicht den näheren Rahmen da schon mal? Nein. Mir fehlen tatsächlich noch... Was habe ich denn sonst noch? Er hat eine Brezel. Und weißes Garm. Ich weiß mir gar nicht, mit dem einen noch... Mit dem anderen was anzufangen. Was habe ich denn jetzt mit einer Brezel? Da bräuchte man eine Schere. Mit Brezel. Brezel. Also ich glaube, es... So, komm. So. Was wollen wir jetzt machen? Wähle die Puzzleteile aus und verschiebe sie. Stell das Bild wieder her, um die Kiste zu... Wahnsinn. Mega Herausforderung. Was ist das jetzt? Ein Hut. Und eine Zange. Kriege ich mit der Zange dabei. Peter wird sich freuen, dass wir sein ganzes Interieur auseinander nehmen. Er wird so glücklich sein. Muttermaus, würdest du bitte nochmal gehen? Vielen Dank. Danke schön. Sehr aufmerksam von dir. So könnte ich jetzt... Ja, klar. Ich muss das... Ich muss das nur anklicken. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Dass man es noch selber zusammen puzzelt. Das wäre... Einige Glocken fehlen. Moment, ich habe noch Nadel, Faden. Hallo, Nadel, Faden. Ich brauche eine Feder. Eine Feder habe ich tatsächlich noch nicht. Ei, 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 ei. Da ist die Feder. Hä? Ich brauche lediglich noch Nadel und Faden. Sind das übrigens Knöpfe? Okay, ich habe zumindest schon mal die Knöpfe gefunden. Hab nur ich das Gefühl? Oder wären wir hier gerade so... Nein. So ein bisschen mit allem zugeworfen. Es ist ein bisschen zugeworfen. Hm? Noch mehr Garn. Ich meine, das ist ja irgendwie okay, aber irgendwie habe ich gerade echt das Gefühl, so okay, ich rush hier irgendwie so ein bisschen durch. Teil einer Lilie. Ein Hatschuh. Knöpfe. Schnallen. Und ich weiß mit allem nix anzufangen. Schnallen. Knöpfe. Goldener Faden. Weißer Faden. So, und jetzt? Die Skizze. Die Skizze. Irgendwo war doch noch ein Haken. Hier brauche ich noch einen Schlüssel für. Gold, zwei Münzen, eine Brezel. Handschuhe. Ich habe ja auch nicht mehr viel. Kann ich hier dann... Ich konnte das immer noch anklicken. Warum? Oder ein Puzzletriver. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Hier kann ich nichts mehr anklicken. Dich kann ich auch nicht anklicken. Dich auch nicht. Also gut. Dafür fehlt die Skizze. Gehen wir wieder rein und schauen uns hier ein wenig um. So, genau. Hier fehlen die Dingsknöpfe für. Da brauche ich irgendwas zum... Ne, mit bloßen Haken. Okay. Okay, das heißt, ich habe jetzt die Lilie. Wo auch immer ich mit dem Ding jetzt schon wieder hin soll. Hier oben. Da ist auch noch ein Puzzleteil. Ein Dietrich. Oh Gott, ja. Ich befürchte es. Da kommt ein Minispier auf mich zu. Und zwar hier drüben. Nein, doch nicht. Wahnsinn. Das wäre so prädestiniert gewesen für ein Minisp... Oh. Ja. Äh, ja. Läuft bei mir. Sehen die sich denn... Sehen sich die Paare wenigstens ähnlich, oder? So einen Apfel kann man hier auch gut irgendwo zweimal hinpacken. I don't know. Okay, das kann ja jetzt wirklich lustig werden. Ich habe zumindest schon mal einen Apfel gefunden. Schmetterlinge gibt es auch zwei. Die gibt es auch doppelt. Ach du lieber mein Gott. Ich kann das drehen. Hier, da hätte ich ja... lange suchen können. Hier unten noch irgendwas? Nee. So. Gabel hätte ich auf der anderen Seite. Schmetterling, Schmetterling. Und hier oben die Flasche. Hier jetzt sonst noch irgendwas? Nee. Dann kann ich jetzt nur noch... Da brauche ich jetzt nur noch hier gucken. Oh. Huch, wir sind schon durch. Löwengriff. Löwengriff. Wir hatten irgendwo was, wo wir die Schublade nicht aufmachen konnten. Weil uns der Griff fehlte. Aha. Wir haben ein Buch. Kann ich da noch hin? Dann ist hier noch irgendwas. Ja. Wahnsinn, das ist immer so unfassbar. Ja. Aha. Jetzt kommst du also wieder zu mir. Peter will bemerksam. Peter will bemerksam. Peter will become world renown for his intricate stitches. Almost like they were made by mice. Next, I'll transfer you to a special place to help one more very special family. The person who needs your help is the one who isn't waiting for you. Hello, dear. You must be the messenger. I'm Abigail, and I live here alone. Yeah, if that's all it is, Omi, then find I also... is that our grandma? I don't know. So, gehen wir mal rein, wenn es schon einen Schlüssel gibt. Hallo? Der Schlüssel lässt sich nicht drehen, der ist eingefroren. Engel haben normalerweise einen Heiligenschein. Normalerweise, manchmal, eventuell, ja. Äh, was soll ich denn hier machen? Platziere die Katzen auf den Kreisen. Keines der Objekte darf sich überlappen. Den Baumschmuck musst du als letztes einsetzen. Das geht ja gar nicht anders. Das geht ja gar nicht anders. Dann geht's, wenn du hier bist. Jetzt gehen wir vor, wenn du hier bist. Das geht ja gar nicht anders. Als du hier bist. Ja, du bist. So, wie ich jetzt... Ich zurete das. Dann dringst du hier. Dann gehst du hier touchieren. Okay, das ist, ich hätte jetzt die beiden blauen, tatsächlich. Er hat hier reingepackt. So. Oh Gott, wow. Das ist, äh... Ich will nicht sagen, dass es schwierig ist, aber das ist kacke. Oh Gott, die passen da jetzt nicht rein oder was? Du musst den nach unten haben. Okay. Den Baumschmuck soll ich doch sowieso als letztes einsetzen. Das blaue soll aber schön, glaube ich. So, als Hinweis. Den Baumschmuck musst du als letztes einsetzen. Will ich jetzt aber nicht. Okay. 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 Ah, das Spiel macht mich ein bisschen krank. Okay. 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 Das war jetzt auch echt überhaupt nicht anstrengend. nicht. Überhaupt nicht. Okay. 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 was habe ich denn da jetzt gekriegt? Eine Schleife und einen scharfen Zahn. eine scharfen Zahn in der dritte Warnung. Da ist das fehlende Bundenglasstück finde. Ach je, dieses Spiel hat echt, äh, ja. Fehlendes Buntglasstück, ein kleines Haus. Der zweite Engel fehlt komplett. Ich hab ein Buch. Schleife, nein. Ich hab ja auch nichts, was er anziehen könnte um hier. Vielleicht kann mir mein Freund helfen. Und der will da nicht rein, das ist nicht möglich, weil er nichts zum Überziehen hat. Sie wartet auf das Kästchen mit den Briefen. Okay, Schleife. Oh Gott, ich denk auch wieder sowas von kompliziert, ne? Manchmal hasse ich mich ein bisschen dafür. Hier. Ja. Ja.